Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Müssen wir nicht noch mehr Tiere baden? Ich glaube, du und ich sind die letzten zwei Und ich kann es kaum erwarten, den Schlamm abzuwaschen Oh nein! Angel ist schmutzig! Ich bleibe lieber noch ein bisschen und bade ihn auch Vielen Dank, dass du geblieben bist, um auch Angel zu baden Aber, ähm, ich glaube, er ist jetzt trocken Meine Güte, es ist schon ganz schön spät Du hättest wirklich nicht den ganzen Tag bleiben müssen Aber wir sind dir sehr dankbar, oder, Angel? Ich bin jedenfalls ziemlich erschöpft Außerdem muss ich mich für das große Pfannkuchenfrühstück morgen ausruhen Und du musst bestimmt das Schloss noch aufräumen Nein, das Schloss ist sauber Aber weißt du was? Ich sehe mal nach, ob Pinky Hilfe mit den Pfannkuchen braucht Ähm, Angel? Die sind wirklich köstlich, Pinky Pie Danke! Twilight hat mir die ganze Nacht beim Rezept geholfen Ich dachte, wir hätten das Richtige, aber sie wollte unbedingt noch andere ausprobieren Und andere, und andere, andere, andere Es war so, als wollte sie gar nicht gehen Ja, richtig! Dann lief uns die Zeit davon und es gibt jetzt eine Alle-Bären-Chips-Überraschung Die Überraschung ist, dass ich irgendwo einen Löffel im Teig verloren habe Irgendein Pony bekommt einen Überraschungs-Pfannkuchen Die ganze Nacht auf, hä? Ist sie vielleicht deshalb so, ähm, erschöpft? Ähm, ich möchte nicht undankbar erscheinen Aber habt ihr auch festgestellt, dass Twilight in letzter Zeit etwas zu hilfsbereit ist? Ja, jetzt wo du's sagst Sie hat mir letztens auf Sweet Apple Eggers geholfen und ist bis Mitternacht geblieben Sie hat 50 Raumlöcher gegraben, obwohl ich nur 10 brauchte Sie hat einen ganzen Nachmittag in der Karussell-Boutique damit verbracht Eine einzige Schublade mit Juwelen zu sortieren Einen ganzen Nachmittag! Das findet ihr merkwürdig? Sie ist letztens 100 Rennen gegen mich geflogen und hat jedes Mal verloren Aber sie hörte nicht auf! Ich hab 10 gewonnen, 20 gewonnen, 100 gewonnen Ich meine, ich weiß, dass es Spaß macht, mit mir abzuhängen Aber sie schienen lieber zu verlieren, als zu... Zu gehen? Ja! Wer macht sowas? Ein Pony, das irgendetwas aus dem Weg gehen will Und soweit sie aufwacht, werden wir es herausfinden Ich hab gewonnen! Ich bin Pfannkuchen! Ich meine, aufgewacht! Äh, Twilight, willst du uns vielleicht etwas mitteilen? Du weißt, wie sehr wir schätzen, was du alles für uns tust Und auch, dass du immer für uns da bist Aber wir fragen uns, ob du uns etwas verheimlichst Oh, ist das denn so offensichtlich? Ähm, ich... Die Sache ist... Ich weiß, es ist dumm, aber... Ich bin nicht gern... An diesem Ort Warum in Equestria hältst du dich denn nicht gern in diesem wunderbaren Schloss auf? Ja, hier gibt's doch alles Große, hohe Decken, unter denen man sich winzig fühlt Glänzende Böden, die sich ganz kalt anfühlen Und es gibt lange, leere Flure! Okay, ich kann's verstehen Das Schloss ist wunderschön Aber es ist... Ich fühle mich hier nicht zu Hause Das ist alles Du musst es nur ein bisschen dekorieren, Schätzchen Mach daraus dein Zuhause Es ist so entmutigend Es ist so riesig Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll Fang damit an, diese Aufgabe uns zu übergeben Wir machen daraus ein richtiges Traumschloss Während du das Ponyville-Spa besuchst Und dich einfach mal ausgiebig entspannst Ich sage das, weil ich dich gern hab Twilight, hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel gesehen? Ich hab dich noch niemals derart... Fransig gesehen? Ja, das war genau der Ausdruck, der mir nicht eingefallen ist